Hi, ich bin Charlotte, ich bin Hebamme aus München, ich schreibe für die Online-Zeitung Klasse gegen Klasse und bin organisiert in der Arbeit in Gruppierung AKUT. Ich wollte euch zu einer Veranstaltung einladen am Donnerstag, den 4. März um 19 Uhr, online natürlich, mit dem Thema die Krise und die Hochschulreform, welche Uni für welche Gesellschaft. Wir werden dort über diese Hochschulreform, die in Bayern eingeführt werden soll, diskutieren und darüber, wie sie im Zusammenhang mit den Privatisierungen im Gesundheitssystem der letzten Jahre steht und was das alles mit der Krise, in der wir stecken, zu tun hat. Ich freue mich mega, dort als Beschäftigte aus dem Gesundheitssystem mit Nicole Gulke von der Linkspartei und Professor Stefan Lessenich diskutieren zu dürfen und außerdem mit einem Vertreter oder einer Vertreterin von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja, und mit den Studierenden und Beschäftigten vom Komitee gegen die Hochschulreform. Und mit euch allen, ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich auf eure Diskussionsbeiträge. Donnerstag um 19 Uhr, online. Bis dann!